Hallo, hier ist wieder XenSquad mit MegaMan8, heute mit dem dritten Wily Level. Mal sehen, was dieses verlangt. Die beiden Levelmechaniken haben wir jetzt schon durch. Also die levelbeschreibenden Mechaniken, sage ich jetzt mal. Dann dürfte jetzt ein normales Level kommen. Bereit! Auf jeden Fall schon mal eins mit einer ziemlich drückenden Stimmung. Oh, her damit! Möge man mir erklären, wie die Stelle gedacht war? Okay, das war mies konzipiert. Das war mies konzipiert, ganz ehrlich. Nee. Ich habe jetzt aber, da ich MegaMan8Base kenne, Angst vor einem gewissen Boss. Was machen diese Gegenstände eigentlich? Das ist wahrscheinlich... Oh! Okay, danke. Das geht jeweils aber noch einmal. Okay, das ist ein Angriff. Na, das sieht nach Heilung aus. Ja gut, dann... Ah, ja, Rush. Mach mal fertig. Ach, komm schon. Damit muss ich noch umgehen lernen. Habe ja auch noch nicht so ganz verstanden. Die Flugkurve von Tornado... Hold... Konnte ja nicht immer funktionieren. Dankeschön, Sniper Joe. Ja gut, das kann man halt auch machen, ne? Boah. Die laufen doch. Warum nehme ich Tornado Hold her? Ja. 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 Das war in keinster Weise so unangenehm gerade. Zwischengegner? Ja, aber das heißt, wir kriegen einen Speicherpunkt. Das finde ich gut. Ah, natürlich. Mega Man. Du kannst es nicht so weit wegschauen. Base, äh... Base, stop it! Ich will nicht, dass ich dich kämpfen. Du bist so naiv. Das wird ein Verfall. Ich bin nicht der gleiche Weakling mehr. Ich habe neue Macht. Doch nicht etwa, dass ich mit Treble Swim... No way! Oh. Nein! Du wirst nicht wissen, wie gefährlich es ist. Wie gefährlich ist. Wie gefährlich ist. Hör auf. Ich werde dich kämpfen. Kommt, Treble. Kommt, Treble. Kommt, Treble. Ich werde dich hochschauen. Bebe zuvall. oc Das war's für heute. Was? Was? Du bist hier, was? Fast. Ich hab ihn fast. Aber klar, das Bass oder Bass nochmal eine Revanche möchte. Ich finde es so lustig, dass immer Bass ausgesprochen wird, aber das, wofür sein Name steht, nämlich halt Bass, spricht man im englischen Bass aus. Ich denke mal jeder wird schon mal den bekannten Techno Spruch Drop the Bass gehört haben. Oder habt ihr schon mal in so einem Blick gehört, dass jemand gesagt hat, Drop the Bass? Aber naja, was soll's. So, die stellen wir jetzt mal so wie sie gehören. Weil hier, wobei man hier am Ende Tornado holt, dann doch wieder braucht's. Ach. Diese dummen fliegenden Stachelkugeln. So. 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 Was? So. 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 Im Gegensatz zu Mega Man and Base habe ich aber hier nicht vor, das ganze Spiel irgendwann nochmal mit einer Aufgabe durchzuspielen. Ich nerv's einfach auch nur, dass ich immer wieder so dumme Fehler mache. Immer wieder so saudumme Fehler. Oh, verdammt. Ach, Moment, kann ich auf diesem Stein stehen? Ready. Wieso muss da unbedingt diese dumme Decke sein? Und ja, mir ist klar, dass hier gerade in meiner Aussage nach ziemlich viel dumm ist. Ich weiß. Wieso kriege ich das nicht hin? Wieso? Wieso? Ich weiß. Ich weiß. Wieso? 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 Da hat es mich jetzt aber gerettet. Aber Base machen wir jetzt so fertig. Base kriegen wir so hin. Ja, den Dialog hatten wir schon. Und ich weiß auch nicht, warum ich bei den Dialogen nicht angefangen habe, sie zu übersetzen. Aber wenn ich es nicht von Anfang an gemacht habe, dann will ich es später auch nicht anfangen. Von daher, bleiben wir bei Englisch. Wie weiche ich dem Angriff aus? Ah, so. Erledigt. Erledigt. Das ist grammatikalisch nicht ganz richtig. Das ist grammatikalisch nicht ganz richtig. Why don't you understand? Oder why won't? Vielleicht sogar eher. Aber da hätte man sich auf sein... Arschloch-Spiel. ... ... Dürfte ich jetzt da hoch? Ach komm. Muss es jetzt wirklich wieder unbedingt ein Tornado Hall sein? Na gut. Kriegst du das Spiel. Kriegst du. Und ich krieg ein Leben. Und den Boss, bitte. Ich hab die ganze Zeit drauf gewartet, dass diese dummen Stachelfieger aus so einem Abgrund nach oben hüpfen. Okay. Bosszeit. Und krieg ich den Boss, vor dem ich mich gefürchtet habe? Ähm. Okay. Oh nein. Nein, vor dem hab ich mich nicht gefürchtet, aber... Ja. Den kenn ich aber auch. Allerdings ist es wahrscheinlich wesentlich schlimmer als in einem anderen Spiel. Ah ne, der funktioniert ja mir noch genauso. Okay. Uh-huh. Uh-huh. Tja, ne? Der Yellow Devil, wie er lebt und lebt. In diesem Fall aber wohl eher Green Devil. Nyeh. 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 Nyeh, gut. Da hatte ich jetzt wieder keine Ahnung von den Trefferkästen. Nyeh. Nyeh. Wär zu schön gewesen. Ach, Menno. Schade. Sehr, sehr schade. Wäre schön gewesen, aber das soll man machen. Ich weiß halt nicht, wo mich diese Kugeln treffen und wo nicht. Sehr schön. Das finde ich am besten. Hm. Dankeschön. Hm, die Runde war nicht so gut. Hm-hm. Hm. Okay, keine Ahnung, was ich jetzt falsch gemacht habe, aber ich habe anscheinend den Moment falsch abgefasst. Ja, da trefft er mich immer wenigstens einmal. Schlimm. Sehr gut. Da hätte ich hüpfen müssen. Ich will dieser Attacke doch nur schadenfrei entgehen. Aber es ist halt kein schwerer Boss insgesamt. Es ist halt wirklich kein schwerer Boss. so. Wäre schön gewesen. Ja. Weniger dramatisch. Na gut, Green Devil. Dann würde ich meinen, das war's für dich. Wunderbar. Ab in den Abfluss mit dir. Okay. Das war dann das dritte Wall-E-Level. Das nächste dürfte dann das letzte, aber wahrscheinlich vorletzte sein. Ja gut, je nachdem. Vielleicht hat Wall-E-Level ja auch noch eine zweite Burg. Keine Ahnung. Wir werden es sehen in der nächsten Folge Mega Man 8. Ich bin Xie. Bis dahin, Leute. Tschau. Tschau. Ciao. Ciao. Ciao.